hey freunde ich werde oft angeschrieben und gefragt ob man von roberto ogolini den high heel white als mann tragen kann ich habe ihn high heel white und ich sage euch ja den kann man als mann tragen er riecht zwar blumig ja aber seifig schön oldschool mäßig richtig nice und für mich hat er oder bei mir hat eine richtig starke haltbarkeit und silage also der lohnt sie da hat richtig power ich bin sogar der meinung dass er fast oder sogar stärker als der 17 rosto ist die alte version weiß nicht wie die neue ist aber ja diese duft ist richtig stark und auch fürs ganze jahr geeignet also ja high heel white von roberto ogolini auch für männer geeignet